So, hallo liebe Freunde und willkommen zu Happy Wheels. Nach einer langen, langen Zeit, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich glaube aber noch nicht, es gab ja die Umfrage, vor einer ganz, 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 ganz langen Zeit, die Umfrage könnt ihr auch nicht mehr teilen, nämlich ich habe das ganze Video gelöscht, und wenn die Umfrage eben vorbei ist, und ich weiß, ich möchte euch, ihr wisst ja eh schon, wer gewonnen hat, nämlich Happy Wheels hat gewonnen, mit 75%, also ein unfassbares Ergebnis, ihr wollt dieses Spiel unbedingt, hat mir auch beim Last of Us gefällt. gesehen, dass ihr sechs Likes da drauf, sechs Likes da drauf gegeben habt, ja, ich weiß, dass ihr jetzt in Vollbildmodus angezeigt habt, das ist dreckig schön, ähm, und ich würde sagen, äh, alle haben gesagt, hey Grinsikal, du bist so rotzschlecht, hey Grinsikal, ähm, bring mal mehr Ordnung rein, hey Grinsikal, du bist immer noch so rotzschlecht, es ist mir sowas von egal, ich bin, ich muss jetzt nochmal ganz kurz vorab sagen, Happy Wheels wird immer ein Unterhaltungsprojekt sein, es wird auf keinen Fall, es wird niemals ein Spiel sein, indem ich gut bin, ich will dafür noch gar nicht gut sein, weil manchmal ist es doch auch lustig, wenn einer total rotzschlecht ist, ja, damit, das ist doch klar, und ich will, ich habe ja auch nie gesagt, dass ich gut bin, von dem her einfach ein bisschen runterfahren, es ist einfach gerade das Spiel, und wir schauen jetzt in den Brows Levels rein, so, ähm, Loading Levels, warum habe ich überhaupt meinen, äh, Kopfhörer auf? Weiß ich gerade gar nicht, und falls meine Stimme gerade ein bisschen komisch ist, äh, es liegt einfach nur daran, ich müsste gerade ein bisschen leiser reden, ansonsten übersteu ich so, ähm, und zwar, äh, will ich wahrscheinlich nicht daran, dass ich, ähm, gedöhnt, äh, noch ein bisschen an, oh, dass ich rumschrauben muss, Ja, äh, wir searchen heute wieder mal nach einem Namen, und zwar nach etwas, was mir gerade selber so ein bisschen auf den Zeiger geht, Ja, genau, so schreiben wir auch Bottle Flip, Bottle Flip, Das geht mir so was von Dezent auf den Zeiger, also ich kenne in meiner Umgebung einige, die machen das wirklich den ganzen, ganzen Tag, ich meine, einmal ist es ja lustig, einmal ist es cool, aber immer, Fünf Sterne, playen wir, ähm, was ist es? Ach, okay, muss erst mal, ich muss, muss mir das mal wieder reinfüpfen, Okay, das geht mir so schlecht, äh, 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 restart, hey, aha, Ähm, okay, Ähm, okay, Ja, ja, Okay, Finale ein bisschen, Das sieht man auch noch gut aus, Bottle Flip, Mal gucken, Mal gucken, Mal gucken, Ah, Oh, gleich zwei, Grenzenkarte nur beheblich. Genauso gehen auch Bottle-Flips, ne? Ja, ich bin total gut, ne? Applaus an dieser Stelle. Sorry, dass ich das gerade zu besteuert habe. Das Level ist mega witzig, aber ich bin zu doof dafür. Ja, und so machen. Oh! Ich meine, das war gerade echt ein Depp wert, hallo. Nee. Mann. Nee. 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 Ich will es jetzt nochmal machen. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Vielleicht klatsche ich jetzt nochmal in der Musikbrenne rein. Das hört man nicht gleich so betreiben für so eine Betreibeer. Dein Ernst? Ist ja so gut gewesen. Hä? Äh? Hallo. 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 Halt Haar. Übrigens wäre es für sich völlig gerade gewundert, wie lange Happy Wheels es dauern gehen wird. Also wie lange dieses Projekt andauern wird. Es wird bis Januar kommen. Ende Januar. Also habt ihr jetzt die ganze schöne Absenzzeit damit zu tun. Hä? Wie eigentlich auch schon begonnen hat. Morgen ist das Advent. Oh! Oh, die zwei da hinten. Hohoho. Oh! Wie habe ich das gerade geschafft? Leute. Nee. 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 Oh! Zwei haben es geschafft. Alter bin ich nicht gut. So. In RL habe ich das nur einmal gemacht. Oh! Oh! Habe ich eine freundliche Anweisung bekommen, dass ich hier bitte keine Flaschen werfen soll. Ja, so das war mein aus der Bottle Flip damals. Seitdem habe ich das gar nicht mehr gemacht. Nicht deswegen, aber... Hm. Brows Everts nochmal. Zwar kann ich, denn ich will einfach mal was heute kam. Ähm. All for everyone. Sort by newest. Uploaded this week. Und nochmal retryen. Und jetzt spielen wir einfach das allerhauste Ding. Egal was es ist. Egal was es ist. Spiele einfach das allerhauste Tag. Seit Nullstern, ne? Barbarther. Okay, lieber Gamer, weil ich spiele gerade als allerhauste deinen Parcours. Du kannst... Okay, wir haben Segway Guy. Wer ist das? Es ist lustig. Definitiv. Aber... Du kannst mich eigentlich komplett verholen. Es stand her, dass es auch keine Hilfe nur mir den Kopf absägt. Nein, 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 nein. Ich will nie nochmal Hilfe. Ich will nie nochmal Hilfe. Okay, wir wollten unbedingt die Hilfe. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh, schon los! Hopp! Mann, fack! Boah! Oh, yes! Mal gucken, ob wir das noch weiterhelfen streiten können. Ach, weil das Ding damals da rein geplumpst ist, hat es dann den Death ausgelöst. Toll. Ja, ich will unbedingt mal wissen, was das Fragezeichen ist und der fliegt einfach mal drüber. Hopp! Nochmal help für die nicht. Wir müssen jetzt die Boards treffen oder auch den Win oder das Fragezeichen an den dreien. Da bin ich. Jetzt kann sie eigentlich ja nur noch treffen, oder? Aber... Ich korrigiere mich. Es kann nicht. Aber das ist ein sehr, sehr cooles Level, muss ich sagen. Ich sollte mich eigentlich auch mal anmelden. Boah, sehr gut. Weg zu Anfang. Hopp! Ach, und dann geht auch nämlich dieses komische Fizzle da hinten weg. Jetzt wollte ich wieder eisen uns Hebranballon hier. Ja, ich weiß. Hopp! Ja, spitze. Ja! Nein! Ah! Und das jetzt? Ah, das ist einfach so ein gewandtes Ding. Geil. Nein, 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 nein! Äh... Ja, danke. Danke! Das war echt... Boah, Hammer! Help? Die Help hat mich jetzt im Ausfluss, weil es mal nicht in die Luft geht. Ja, nein, 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 nein! Nein! Okay, ich mach's noch ein letztes Mal. Wenn mir das Spiel... Wenn mir das Spiel... Wenn mir das so Spaß macht... Nein, 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 nein! Äh... Niii! Also, ihr würdet mir nicht auf die Fragezeichen kommen. Ein letztes Mal. So, probieren wir's mal. Äh... Das ist... Prima! Da! Nein, nein! Baaah! Ich will... Ich will's jetzt mal ohne Fragezeichen. Nur, dass ich hier explodiere, bitte. Hab... Nee! Help! Gut! Nein! Ich hätte bei Herbst auch noch ein paar Balls kommen eigentlich. Ja! Ich will's eigentlich mal ganz normal schaffen, Mann! Ich will's mal ganz normal schaffen, einfach! Na schön! Ja, ich bin noch ein paar Balls. Toll! Naja, egal. Also, sehr, sehr cool... 5 Sterne, aber... Ich kann nicht. Exit menu. Hmmmmmm... ist das eine neue ich liebe wurde und über das sie hinaus geschossen soweit das können wir doch oder wir können auch die ganze zeit so weit wenn mit meinem hintern hoch ich eskaliere einfach mal komplett also vorteil wir haben nur ein mein device hallo tiens nicht36 die blöde augen fliegt er so wie du es zu mir her verstehst du einfach einmal eskalieren einfach eskalieren wo okay dass sie ja nicht noch mal so war es guidance kulze passiert in der hier noch sehr viel hart ich habe noch locker wegen können wir noch etwas werden der Segway-Typen den Typen wir nehmen einfach mal den da ich weiß nicht wer das war lebt gerade nicht okay irgendwie ist das Level sehr 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 groß das lebt gerade relativ lange ich glaube jetzt ist mein Netz nicht abgeschmiert ich lade wiederum noch etwas hoch deswegen Hallo wir müssen mal ganz kurz warten, aha da sind wir ach toll äh ok Menu können wir Change Character machen ja dankeschön äh wir nehmen mal den da das machen wir nicht wir kauen uns einfach mal so zusammen wie so ein Baby aber warum kriege ich dann nie das entsprechende Fahrzeug also wenn ich den Olaf nehme ich schieße so ein Monoppa ok das ist ein bisschen komisch so bad guy ja wir sind hier Polizisten wir möchten nämlich alle bösen Leute Typen wir wollen alle bösen Leute Typen da haben wir wir wollen ja oh oh Sirius, leck. Ach, wir können die Kanonik ansteuern. Eieieie, Kopf verloren. Man sollte niemals den Kopf verlieren, ich glaube, das wisst ihr noch. Warum, 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 Bananecrum? Warum, Bananecrum? Hey, geh von mir runter. Bis. Ich hab mir Fleisch drin. Das war nix mit Bodyplay, also geht auch noch weiter. Jetzt können wir uns abschminken. So. Aber ich bin jetzt hier kein Beautykanal. Ich sag nur Bibi, kannst du mal abschminken. Okay. Nein, 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 nein. Ihr. Eieiei. Eieieiei. Willkommen zu meinen Lifehacks. Heute zeige ich euch, wie man in diesem Parcours überlebt. Mein Herz, oh mein Herz hat uns nicht geschafft, mein Herz. Das Herz. Seven one,'s seven ways to die. mit dem Rasen-Trekord Ok, das ist anscheinend Del Español Da click en los potentes Press click in the buttons Crash, Sniper Die wollen ja Tre... Die Dwarar Oder Francia Dirtorator Oder Luverde Valencias Oder Ablazdar Oder Chossos Oder Harpenos Oder Bom Wir nehmen... Ah, Signor Das ist schwierig Schwierig De la Poblosa Quart Wir nehmen Boom Nein, 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 nein So war das nicht gemein So war das nicht gemein So war das... Ah, jetzt kommt das Level Jetzt kommt das Level Jetzt weiß ich euch Das ist Crash Ähm... Ok, so scheinen wir das Level zu überleben Gut, wir gehen mal ein bisschen weiter von diesem schweinischen Teil Drei 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 Drei